Luftraum ist ein offener Raum für verschiedene Linze-Initiativen, die sich dem Thema Nachhaltigkeit, die Zukunftsorientierung widmen. Bei uns wird gekocht, genäht, abgecycelt, recycelt. Bei uns werden Workshops veranstaltet, die grundsätzlich ehrenamtlich passieren. Bei uns wird auch gelacht, bei uns kann auch geweint werden. Das ist die Nähküche, das ist eine offene Nähwerkstatt. Hier kann man jeden Freitag und Samstag kommen und mit den Stoffen, die vorhanden sind und die Nähmaschinen nähen. Wir bieten Hilfe an, für die das noch nicht so gut können und wir sind auch auf Veranstaltungen unterwegs. Hier in der Küche vom Luftraum gibt es zwei Initiativen, die hauptsächlich erkochen. Das sind zum einen die zuquetschten Zwetschgen, die vom Südbahnhofmarkt Lebensmittel retten und in Marmeladen, Schatneys und eingelegtes Gemüse verwandeln und zum anderen die Initiative Kama, die Kochkurse, gemeinsam mit Asylwerbern und Asylwerberinnen anbieten. Othello, das offene Technologielabor mit einem ihrer Standorte im Linzer Luftraum. Othello leicht erklärt, das Programm machen die Interessierten selber. Also sei dabei, sei neugierig. Das Bethlehems Straßenfest war unsere erste große Aktion nach außen. Wir haben über 30 Initiativen eingeladen, sich aktiv zu beteiligen, sei es im Mobilitätsbereich, alternativ sich fortbewegen in Linz, soziales, integratives, Grenzen abbauen, Menschen kennenlernen und das Schöne daran, wir haben kaum Müll produziert. Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw Vielen Dank.